Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei den Freunden hier zurück zu Ghost Recon Wildlands mit GP, Malo und Bronco. Servus. Ja, Tobi, Bronco. Du musst, glaube ich, noch zustimmen. Ja, Erte. So, aus jetzt. Zerstören Sie Spielautomaten? Machst du ein Casino, ha? Ja, 42. So, ich gehe aber Blackfield spielen, würde ich sagen. Müssen wir wieder ein bisschen Hauptstory machen. Eine Mission, bevor wir da zehn Neemissionen machen müssen. Oh ja. Mich findet er nachher am Pokertisch. Genau, ich bin ein bisschen Blackjack. Jaaaa. 21. Auch niedlich 21. Ja, aber mit Finger ab und so. Wenn dann. Oh yeah. Wie Resident Evil Style. Dig mal schön zum Topproduzent von Kokain. Da unten ist alles rot. Okoro. Mhm. Mhm. Sehr viel Rot, ja. Das sagst du, Rot ist und nicht Violett. Ist alles gut. Ja, das ist echt gut. Ja, das ist echt gut. Da drüben explodiert auf der linken Seite schon wieder hin. Wahnsinn. Ohhhh. Ein Grasheim, zwei Grasheim. Die Flieger. Die Flieger. Ich würde hier am Strand landen, wenn es okay ist. Okay, mach das. Nein, die sind auch draußen. Das weiß ich nicht. Also, denke ich. schön perfekt also hier ist die tiki bar wer will dringend aber so schwer dass hinter der wand voll der cheater jetzt sehe ich ihre bellen kommen wir wollen auch ein bisschen blackjack spielen oder nicht jetzt habe ich ihn einer ist im häuschen links ist auch weg alles alles tot drinnen was ich bin gerade dabei aufzuräumen ja dann räumt man wisch auf jp ist reingeraten jp äh einer sagen noch ein gegner tja und drinnen ne da ist noch mal einer echt ah wo denn oh 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 schnell 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 komm 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 wake up the wrongly du 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 jetzt können wir casinoautomaten zerstören ne da ist noch einer oh da oben ist noch was ok down get down was ich noch mal verstirbt ja ganze pohle rum bei haus ah da sind auch noch spieler gemacht also hier oben stehe ich ey wer schmeißt hier mit kralaten verdammt hab keine ahnung ey lan zack hier ey ich geh mal hoch da ist ruhiger zu viel Alter ne mal den Punkt da ne mal den Punkt da das ist ruhiger oh geil ich geh raus ich geh raus frischluft so ja ich glaub die sind noch vier tische oder so unten nein tische sind glaub ich gar nicht oder? doch unten ist noch irgendwas hab ich das ganze casino kaputt gemacht da ist drei da waren drei Sachen angezeigt da drüben ja das sind die tische die pokattisch alle? ja ah ich war am pokern hallo ah ok ja ja was für eine mission das brauche ich mal ein bisschen Muniution Muniution irgendwo ist hier noch ein blauer Punkt anscheinend seht ihr den? oben hab ich schon oben alles klar den muss ich wieder mitnehmen hast du ein blauer Punkt? oben Fertigkeitspunkt ein Stockwerk höher ne wird mir gar nicht angezeigt sich blätter sie schon ok vielleicht hast du ja schon eingesammelt so ganz alleine und hast gesagt fickt euch ja den hole ich mir ohne euch ja hätte ich mitbekommen ok aber das war aber auch eine komische Mission oder? irgendwie das war ja nichts bleak da gab es andere Mission und da denkst du erstmal what hier what the fuck das ist ziemlich easy aufpassen wir haben Gesellschaft oh schnell noch die Mission schnell noch die Mission schnell noch die Mission schnell noch die Mission die fahren grad an uns vorbei da oben warte ich nehm ja hier den Sportwagen äh ihr könnt auch nen Hedia einsteigen wenn wollt ok ich habe ach das ist ein Tomboi oder? ja eben deswegen der Hedia kann nicht Maschinengeber ja taxi taxi haha warte mal ich komme komm 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 ja oh oh au krass so Jo mach rein hinter uns ist nur nicht das eh das ist nicht so gut oh fuck wo denn? ähm direkt neben mir vielleicht auf der falschen Seite ah ja ich weiß aber wir kriegen wir den mal ich krieg's hier nicht weggeschubst dann nicht wir retten uns auch nämlich schubsen sie hier die ganze Zeit hin irgendwie ist meine Karte jetzt ah oh ah mein Karre ist auch kaputt könnt ihr rechts an denen vorbeifliegen? ja ich versuch waaat nur da war ein Baum haha Glückbaum seit wann kann man einen Baum schon bekommen? ich kann nicht wohnen verdammt der haut ab der mich hat zerwischt mal ich bin da ja ja ich bring leider Gegner mit ja ja die hatte ich auch schon am Arsch Emir ich will das Auto komm geb her der ist weg oder ach diesen Abläufer das war ich gerade nicht mehr nur die schiegt sich mit einer Pistole ah 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 bin drin war zu ich weiß keine wo das ist einfach nur der grün lirie vor ich muss erst noch beitreten der Mission Weiß ich nicht gesehen habe alter Oder bei einem... äh... Datei. Die ist nachher auch noch da. Schnell noch die Mission. Schnell noch die Mission. Da, da, da. Okay, ich hole einfach das Rebellenauto. Mein Sportwagen ist einfach kaputt gegangen, die haben's voll geschrottet. Ja, mein Jeep haben sie auch in so'n Haufen geschossen. Fahr mal einfach erst mal vorbei, dann holen wir uns erst mal den vorderen. Willst du mich waschen? Hinter. Ach, hier haben wir den Chat geschrieben. Sie auch nach. Oh. Nein, da. Weg hier. Nein! Ah, der Wagen! Ja, mal! Natürlich grad hier, wo überall... Was ist hier los? Was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Ich brauche den Wagen, gib her! Wir sind hier. Wir sind hier. Der fährt einfach mal. Tobi, gib Gas. Bolivia. Scheiß auf den Rebellen. Gib Gas. Scheiß drauf. Gib Gas. Ich hab gedacht, der bleibt stehen. Gip Gas. Gip Gas. Ich bin weit weg, du. Ich bin weit weg, du. Wir brauchen den Inhalt. Oh, geil. Ich bin fast zwei Kilometer entfernt. Was? Ihr bleibt doch endlich stehen! Er schiebt mich voll weg. Alter, ich stehe nie mit Rebellen, ihr könnt mir auch gerne aufhelfen, wenn ihr wollt. Oh Mann, nö. Die Luft ist rein. Wir können den Truck entlassen. Das hat mich aus dem Auto rausgepackt. Auch nicht schlecht. Tobi, gib Gas. Fein. Der Truck ist frei. Voll die Lüge. Ich schnapp dir das nächste aus. Scheiß drei. Okay. Bleib doch endlich stehen! Du trägst das Ding, ey! Bleib! Bleib! Jetzt überfährt mich ja noch der Rebell. Bleib nicht stehen, verdammte Scheiße! Bleib weich! Ich komm schon! Ah, erst stärker mich! Verfängte Scheiße! Ja, ja, ich bin da! Der Linken da! Der Rebellen hat mich über den Haufen gefahren. Ich bin bei dir aus dem... Mach die Leute nach vorne, das passt. Ich bin bei dir aus dem Auto rausgepackt. Und dann hat mich der Rebellen überfahren. Out! Ey, der Dreckswagen! Ich bin grad am Auto verreckt. Wo ich hierhergeleicht bin. Ich komme! Mein Auto geht gleich zum Bruch! Scheiße, Alter. Der Karakter hält gar nix aus. Ist im Arsch. Nein, nein, nein! Bleib doch mal stehen! Oh, die Scheiße! Noch 50 Meter, ich bin gleich da! Er bleibt einfach nicht stehen! Verdammte Scheiße! Er rallert durch, alles durch. Er fährt einfach durch, alles durch. Mein Auto kreimt schon richtig! Ich löse dich gleich ab! Ich komme auch in 20 Sekunden. Der Zustand wird auch nicht kleiner. Von dem Scheiß Truck. Ja, ist doch egal. Ey, der hat grad gebremst. Ja, darum wollte ich dich wohl abhängen. Jetzt kommt! Oh! Scheiße! 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 Ah! Verdammt! Endlich zwei, drei, komm schon! Ich will spielen, Junge! Geht, der ist glaub ich nicht, ne? Ja, der will nicht! Verdammte, Scheiße! Mein Auto ist kaputt! Nee, hier! Was meinst? Das geht doch nicht! Alter! Ich bin gar... Nein! Steig ein! Steig doch ein Mensch! Geht nicht! Geht nicht! der wollte ich ja warte 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 bleib stehen ich habe kein auto ich habe jagen oder nein er ist nass jetzt ich brauche irgendwas ja ich habe keine autos kaputt ja ich bin gleich ich krieg die krise hast du es jetzt was machst du hier eigentlich ich verhöre gerade wen ich hatte ein paar fragen Arschloch gott sei da ja voll den scheiß wagen was für eine mission 7 autos und 10.000 schuss später so ging es mir bei der eine aktion wo sich die anderen im wasser vergnügt haben und ich dann einen konvoi geholt ja mal stehen die stehen die dem gerne auf dem highway rum ja schon Dobi wir kommen nein ich geh immer aus dem weg ja ich glaube ja okay ja wir sind weit in der neuen region da müssen wir hin da müssen wir hin da müssen wir hin ja oh ja wir sind zwei kilometer am Pferd was haltest du davon von dem da ja erst mal davor einfach mal wieder rein fahren alter fahrer ich glaube ich bin nie am einsatz ziehler sind ja du warst der ganze tafel kaffeekränzchen ne ich hab gerade den nebeneinsatz der freigeschalten da kann er schon kein heli kaputt machen ja sie ist von der seite sanzsäcke stocheldraht wachtposten ah wer weiß das war schon in der neuen region ja oh man ja karma kann so scheiße sein kammer 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 erreicher das einsatz ziel sie ran und führer ok oh mein gott ich chill mal und tu ein paar fertigkeitspunkte vergeben oh man war zu viel ich wollte ein anderes sniper aus ich meine ich wollte eigentlich noch ne ne nachricht zu zu ende schreiben ah ja ja ich steige wir steigen aus ja weil hier drüben geht es schon rund ah ja ok wir konnten da schon wieder nicht warten haben wir keine ge- keine zeit bleib stehen bleib stehen ich werde nicht schießen dann habe ich weiter geschossen wir werden sonst haut's alarm und so ich hab'n passanten grad die karre geklaut ja ja du bist so ein harter kerl ja ja was du du ich geh mal rüber zu euch wirft eine granate rüber ich bin dann darf was aus und stirbt gleich wahrscheinlich vielleicht auch nicht aber ist das schon rüber zack ja ja komm schon Pack dich nicht so. Die Hoppen da drin, hä? Pack dich nicht so. Komm runter da. Komm runter. Halt die Schnauze, Kollege. Du doch nicht. So. Jetzt hab ich. Kommt raus, Rebellen. Alter, seid ihr wirklich? So. Der Punkt ist gehackt. Nice. Ich mach grad den Autosimulator. Hier kam ein Gegner angezeigt, obwohl der Tod auf der Erde lag. Auf der Erde. Hier vorne ist er. Au, 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 au. Ah, da ist er. Der hat mich jetzt fast um den Haufen geballert. Aui. Down. Dann seid ihr weit weg. Ja. Das ist Zauber, alles Paletti. Dantablanca greift die Rebellen an. Dann, wenn sie tot sind. Das war knapp. Da hab ich fast von der Brücke gekatscht. Ach. Oh, da hab ich so das Gefühl, äh, GP spielt ein ganz anderes Spiel. Ja, irgendwie schon, oder? Bist du bei uns überhaupt noch drin? Ja, bin drin. Bin ich denn schon drin, oder was? Wie viel Pieper haben wir eigentlich, weil wir so viel Anachschub lackieren können? Jede Menge. Massenproduktion, oder? Mhm. Mal in Japan wahrscheinlich. Ach, da ist das Ding. Ich hab' da gedacht. Gut. Wie sieht die Karte aus? Heißt das? Oh. Die Nebenmission hier, oder? Ja, würde ich sagen. Die Nebenmission. Die Nebenmission. Ja, da ist da, wo wir schon alle markiert haben. So. Ist der wenigstens ein Helikopter? Nein, natürlich nicht. Natürlich, geht nicht. Ah, jetzt doch. Ja, jetzt doch. Tobi hat ein anderes Auto, aber alles klar. Der fährt alleine, lieber. Oh, 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 Violett! Ah! Was denn da, Alter? Ha! Okay! Wo ist er eigentlich, GP? Was macht der? Arsch der Welt. Arsch der Welt und holt sich Sachen hier. Alter, wo ist das? Oben. Ja, ja. Hallo! Einmal umfahren. Wieder fahren, in Deutschland. Dings überholt. Schau mal, wo schiebst du ihn hin? Da, wo wir hin müssen. Ich werde euch die Pampa. Wir parken. Oh ja. Neuer Einsatz. Läuft schon. Schiefern sie den Sicario ein. Also schön leise sein, wa? Mhm. Da oben hockt der. Wir können einfach hoch und den gleich einschüchtern, oder? Irgendeiner haut ab. Aua! Loll! Loll! Warum? Der Läutern hat uns voll über den Haufen geschossen. Aber mal volle, Lotte. Das war ich. Wie krass, er... Er kommt runtergefahren. Eine Mine. Puuuuch. Ne, was hat es gescheitert? Ne, Mann, es hat es gescheitert. Was kann ich dafür, wenn der Depp in meine Mine fährt? Oh, meiner Mann, Alter. Eigentlich habe ich die auch für nur aus Versehen gelegt. Ich stoss mal euch zu euch zu. Ach, ach. Habe die Ehre. Auch mal wieder. Ja. Ich bin gerade in der Nähe. Habe die Ehre und so. Hebe die Haare. Hebe die Haare. Habe die Masern. Ach, da ist noch einer. Was? Okay. Rechts neben dir ist auch noch einer. Ja, ich weiß. Komm schon auf die Idee. Naja, weil zwei Leute liegen und ich ein bisschen vertrugeln höre. Hebe die Haare. Ne, habe die Masern. Gib mir ein Auto, Alter. Gib mir ein Auto. Das da aber dreht so lang zum Laufen. Wollte die Ausdauer noch ein bisschen höher ziehen. Njuu. 800 Meter. Oh, Mann. Schick mir doch. Hab ihn. Ich habe ein 200 GT. Läuft. Wer durch die Pam-Pam. Das Ohr schreit. Hey, da sind ein paar Hirsche. Krass du Scheiße. Da war's Tränen. Wie jetzt ein Jagd-Simulator. So was. Sturmangriff. Oh nein. Ey, das leben ja alle wieder. Oh, da draußen sind doch welche. Boah. Aha. Da waren welche. Ja. Alles sauber. Diese Seite ist sauber. Komm mal zu euch. Sehr, sehr. Da ist noch einer. Oh, da habt ihr eine Mini gesehen. Ja, aus Versehen. Aus Versehen nennt man das. Ah, hier oben halt so. So, da ist ne Naschkiste. Könnt die. Brauch ich nicht? Okay. Boom. Wo ist die Versorgungskiste? Ist die oben? Innen drin. Äh, ne, Erdgeschoss. Achso, die Versorgung. Ja, sorry. Ist alles so richtig. Keine Sauer. Reicht sind die schlampig. Mann, sind die schlampig. Mann, sind die schlampig. Ja. Loll. So, nu. Schon markiert. Die Waffenkiste. Geht gleich hoch. Warum geht das Auto jetzt hoch? Weil GP ne Handgranate geschmissen. Nein. Das war... Wir haben da hinten zwei Autos. Ähm. Granatwärter. Oh, ja. Ich bin getroffen. Oh. Oh, ich habe Lust. Den können wir liegen lassen. Der war die ganze Zeit eh nicht da. Ich glaube, ist er da, ist er tot. Weißt du? Der ist ja arg. Hey, wenn du mich überfahrt, ist es ja ein Wunder. Ja, genau. Wenn du im Weg stehst. Ich wollte gerade einsteigen. Vorsicht, da unten auf der Straße kommt ein bionetter Panzer-Jean. Ja, den kann man gleich wegballern. Nee, wir warten einfach. Da vorne fährt er. Du Bucky. Ja, der schießt auch noch drauf. Ja, daneben. Kannst du nochmal weiterfahren? Nee, nee. Es war voll an den Zivilisten knapp vorbei. Sie sind gejagt. Ich fahr nicht auf die Straßen, ist so unnötig. Mit, lol. Ups. Die Tür geht nicht auf. Das hätte aber auch noch sagen können. Lol. Ich drehe mich noch einmal. Bei dieser, bei dieser Türenart braucht man ein Rebellenauto, um reinzukommen, um dass die Tür aufgeht. Kommt man nicht anders rein? Sag der mal jetzt. Oder wir gehen einfach durch die Bunker? Geht das? Ah, lol. Ala. Komm nicht, nee. Aber nicht, normal. Wir machen einfach, ey. Sonst kommen wir gar nicht rein, oder wie? Doch, von hinten. Hatte Seite entlang gelaufen. Und dann was also. Da, wo ich jetzt bin, kommst du sauber rein. Dank bei mir kommst du auch rein. Läuft am Wasser entlang. Oh, hier ist irgendwo noch ein Störsender. Läuft. Soll ich euch mal aufmachen? Ich mach euch mal auf. Ups. Zack. Oder auch nicht. Okay, die läuft das rein. Ist hier was drin? Hallo? Nein. Dann rein rein, die Stopp da. Ah, wie hast du das fast? Das? Nichts. Wie geschehen die Besten, Allah. Oh. Alla, alla, alla. Die Dangos haben nichts mehr gehört, ich wollen Ärger. Ja, komm doch mal. Ja, komm raus. Oh scheiße, wir wurden entdeckt. Lass ihn leben, ich hol ihn mir so. Na dann, hol ihn. Hau ihn weg! Hau ihn weg! Warte mal, schlagen! Irgendwas ist ja noch ein Versorgungskistall. Wo ist die denn? Komm, komm mal, wahrscheinlich 10 Trillionen. Oh ja. Oh mein, wo die Versorgungskistall ist. Der Ober ist das Schnieper. Schnieper? Schnieper? Ein Schnieper! Ah, da ist die Versorgungskistall. Bunker leer. Oh, da ist die Versorgungskistall. Hä? Schick oben. Oben, oben, oben. Wer blutet denn? Na, irgendwer schnauft da grad. Ja, Tobi. Irgendwo ist da noch, oder? Ist das unten da? Wer ist weg? Wow! Loll! Dann hat er voraufgeschossen. Ach, da hinten ist Mörser. Ah, okay. Oh! Boom! Schießende! Ach, da bist du den Sack! Sag doch was! Vier! Bleib stehen, wenn ich dich erschießen will! Aua! Den hab ich! Free Fire! Mit! Der ist weg! Oh Gott! Der da ist auch weg! Ernsthaft? Oh, Sniper! Komm her! Ernsthaft? Ich war voll drauf! Ernsthaft? Ernsthaft? Ich bin immer noch voll drauf, weil ich ihn erwische nicht. Aber den unteren? Ja, ist klar. Ist klar! Ernsthaft? Halt da! Nicht die Mörser auf mich! Halt da! Halt da! Halt da! Halt da! Also der Sniper oben ist weg! Der unten noch nicht! Boom! Tanko erledigt! Jetzt aber! Boom! Tanko erledigt! Beim Haus! Oh ja! Ich hab ihn getroffen mit der Pistol beim Laufen! LOL! LOL! Da kommt ein Mörserfeuer! Da ist aber in die Handwaffe verteilt! Waffen! Oh! Nein! Sturmgewehr laufen! Krasse Scheiße! Da ist einer mit Maschinenpistolen! Bei wen ist denn schon wieder Wind? Ihr windet's! Wind, der Wind, der Wind! Ach, der versteckt sich da hinten? Der Kerl ist hin! Kleiner Verstecker? Aber nur ein kleiner Verstecker! Nö! Du hast den Mörser angegriffen! Krandale! Mörser in Deckung! Krandale! Der Mörser geht voll aus, das Haus! Böser Mörser! Böser Mörser! Böser Mörser! Böser Mörser! Oi! Mörser! Lebt der Mörser noch? Der ist böse! Also der unten am Steg ist leer! Ist nur noch der Mörser-Typ! Punkt nehmen! Perfekt! Weck der Mörser! Weck der Mörser! Weck der Mörser! Hier ist ein verter Heli! Da hinten ist irgendwas im Bunker! Im Bunker! Oh! Im Bunker! Oh! Weck der! Ach! Da hinten! So! Wirst du mich verraten? Scheiße! Den hab ich nicht gesehen! Ja! Was auch sonst! Den hab ich nicht gesehen! Den hab ich nicht gesehen! Hab ich nicht gesehen! Da ist wie ein Drill und dahinter ist noch ein MG-Geschutz! Oh! Jo! Oh! 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 Autsch! Ey! Mein Kopf steckt im Felsen fest! Hab ihn! Er ist tot! Passt! Ist auch nicht schlecht! Läuft! Ziemlich cool! So! Dahinten ist noch das MG-Geschütz irgendwo! Das MG-Geschütz! Ja! Du! Dup-dup-dup! Tango ist tot! Okay! Der ist auch weg! Alle weg! Alles geht! Alles sauber! Bloat! Alles tot! Passt! Alles match! Alles match! Möcht mal die Waffenkiste holen? Der Heli ist auch match! Ja! Der Heli ist auch match! Wie ist? Hier ist irgendwo noch ein Punkt! Sagt Mörser, glaub ich! Haha! Oh man! da ist eine nachschubkiste nach die gehört mir ansonsten da hinten ist auch noch eine nachschubkiste also ein fass ist dort ein fass oh nein und nein ich habe schon wieder 26 punkte verfügbar so ich steig mal an die karte ja wir werden jetzt aber hier erstmal den part um meinem nächsten mal ja weiter weiter bis zum nächsten mal